hallo und herzlich willkommen hier zurück zu sudden strike 4 mit dem dlc pacific war mein name ist ed und ich begrüße euch jetzt zur zweiten mission auf seiten der japaner und zwar mit der schlacht um singapur und wie immer gilt wer das lesen möchte der pausiert einfach mal das video und jetzt geht es weiter wir haben ja jetzt drei punkte das ist ja schon mal ordentlich ich bin ja fast dafür mal was anderes auszuprobieren eventuell den haben wir gerade gehabt warum nehmen wir nicht mal die armee läger obwohl semin ich weiß nicht kassel den muss ich extra erst holen das hat der schon dabei deckung verbesserte sprengladungen okay ausdauer sandsack deckung oder tarnung komm wir nehmen die tarnung was soll's wir nehmen mal die amelie lehrer ich bin mal gespannt wie die sich zu spielen sie am strand von singapur eine sichere stellung damit unsere panzerfahrzeuge auch landen können erlangen sie mithilfe der gepanzerten verstärkungen kontrolle über die beiden verborgenen dörfer im inland zerstören sie nachdem der zweite landungstrupp eingetroffen ist die schweren küstengeschütze auf der böschung ihr letztes ziel ist es den luftwaffenstützpunkt hänger einzunehmen der derzeit unter britischer kontrolle steht das wird auf jeden fall nicht einfach und eine etwas längere mission würde ich mal glatt sagen wahnsinn krasse kanone ich glaube es war gar nicht so schlecht dass wir jetzt die armee leere genommen haben und vor dingen auch die entdeckung also mit der mit der naja schon die britischen und australischen truppen sind überall an der küste von singapur verteilt kommandant ihre männer werden als erstes von bord gehen wenn es ihnen gelingt am strand eine sichere stellung zu errichten können unsere hauptstreitkräfte auch landen tarnung genau tarnung wo die sange was ich cool finde hier an diesen boten guckt euch das mal an die kleinen details sogar mit anker das ist echt nice gemacht muss ich ehrlich sagen also detailreich ohne ende finde ich gut so dann wollen wir mal bilden sie einen brückenkopf hier ist aber echt das gefällt mir nicht ich hoffe wir haben ein bisschen was fernkampfmäßiges angelegt der mörser joker ok geht ja schon gut los hier ich weiß nicht wo war wir versuchen uns mal ranzuropen ich hätte so gerne nebelkerzen so macht die weg hier kranst kranst jürgen okay schenk auf ok okay noch helft dir mal schwerer beschuss Äh, macht mal die Minen kaputt. Wir müssen den in den Strand räumen. Okay, weiter jetzt. Mach die weg da. Okay, die Bomben war weg. Verfluchte im Flugzeug hier. Holen wir uns erstmal die Vorräte. Der geht mal auf den Puffer da oben. Weiter geht's. So, Ademann da rein in den Schützengraben. Okay, Transportlaster ist mir egal. Reparaturfahrzeug wäre vielleicht nicht schlecht. Mach die weg jetzt. Weiter vorrücken. Das blöde Flugzeug hier. Sehr gut. Geht rein hier. Das ist verkackte Flugzeug, ey. Das war das nicht irgendwie mal. Flugabwehrgeschütz. Oh, das wäre so wichtig. Holt euch das mal. Und wie ist das lästige Flugzeug loswerden? Ah, Marsch, Marsch. Da ist noch was. Mine. Und rein, da? So, sehr gut. Sehr gut, jetzt holen wir uns mal das Reparaturfahrzeug. Sehr gut, machen wir auch. Was ist das hier? Versorgungsfahrzeug. Okay, hier sind noch welche drin. Okay, mach mal das. Okay, Reparaturfahrzeug ist... Reparier das mal. Transportlaster, Reparaturfahrzeug, Transportlaster. Okay, jetzt sind unsere Panzer... Alles klar, was haben wir denn hier? Ein Flammenpanzer, ein mittlerer Panzer. Okay, Jungs. Dann nehmen wir die mal mit. Marsch, marsch. So, du nimmst den mal mit, das ist in Ordnung. Nimm das mit. Das sind die Töter. Okay, du bist im Reparaturfahrzeug, das ist okay. Wir holen uns das zweite Reparaturfahrzeug auch noch. Definitiv. An meine ganzen Grenadier, meine Mörser-Truppen drin. Okay, weiter hoch. Ist das hier noch ein Reparaturfahrzeug? Kann man immer gebrauchen. So, okay, Jungs. Jetzt geht's ja gleich weiter. Können wir die noch weiter irgendwo einladen? Ja, hier geht noch was. Da ist... Marsch, marsch, marsch. Der ist noch nicht voll. Versucht hier natürlich... Das werde ich jetzt alle mitbekommen. So, okay. Passen noch ein paar rein. Aber nicht alle. Ärgerlich. Okay, Jungs, dann holt euch nochmal... ...den anderen Transportlaster. Dann haben wir alle verladen. Ich seh grad, hier sind noch da Mienen noch, oder so. Müssen wir echt aufpassen. Fahrt ihr mal vor? Okay. Das Flugabwehrgestütz nehmen wir auch mal mit. Falls die auf die Idee kommen sollten, uns irgendwie anzugreifen. Und jetzt müssen wir überlegen, gehen wir durch den Busch? Ich glaube, das ist das Beste. Wir fahren direkt durch den Busch. Das ist der Reparatur-Kit. Mit dem Abpanzer. Okay, dann... Halt, hier sind auch noch zwei. Jetzt haben wir alle verladen. Okay. Stellt euch mal auf. Macht mal. Weiter geht's. Durch den Busch. Cooles Bild. Nehmen Sie Dörfer im Inland ein. Okay, das machen wir jetzt. In den direkten Weg. Wo denn? Hier ist richtig was los. Oh, rein da. Jungs. Hey, das ging ja relativ gut nochmal. Okay. Dann alles einladen. Wir müssen mal aufpassen. Wieso? Wieso? Wieso sind die alle aus dem Panzern raus? Was ist denn das für ein Blödsinn? Ah, jetzt habe ich die. Okay. Handshaft. Und Sportlaster. Okay. Okay. Du kannst... Okay, warte mal ganz kurz. Ich muss das jetzt wieder umbauen. Ich muss den erstmal wieder voll aufladen. Okay. Ja, Mann, Mann. Okay, du gehst mal jetzt. Du bist safe. Ich muss die erstmal zurückholen. Das ist jetzt mein Fehler gewesen. Sorry. Okay. Ähm, mittlerer Panzer. Okay, da ist keiner. Okay, da ist keiner. Lauter. Entschuldigung. 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 Äh, Trans... Was ist das? Trans... Flammpanzer. Okay, da müssen wir mal... Den raus. Den raus. Den raus. Den raus. Entschuldigung. 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 So, Jungs. Da muss ich die wirklich... So, warte jetzt. Wir haben's bald. Entschuldigung. Den raus. Der ist in Ordnung. Der ist noch NICHT in Ordnung. Da fehlen noch welche. Entschuldigung. 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 dass ich das jetzt machen muss, aber ich muss die bestmögliche Besatzung in die Panzer wieder bringen. Wieso ist da der Host da? Na, du sollst da rein. So, das ist in Ordnung. Der ist... Inna, die Reparaturfahrzeug. Okay, der ist auch in Ordnung. So, hier noch irgendwas? Nein. Da sind noch eine Menge Leute. Okay, Panzer fertig. In Ordnung. Ja, komm, wir haben es gleich geschafft, vorne. Mein Gott. Wo los? Den letzten jetzt, den letzten bitte noch. Was denn? Halt, hier ist noch einer. Du sollst da rein. Gut, der ist auch vollzählig. Ab, rein da. Rein in die Transporter. So, gut. Nein. Ja. Nein. Entschuldigt, liebe Freunde. Ich glaube, jetzt haben wir wieder alle. Außer dem hier. Einer muss doch immer Stress schieben. Er muss rennen. Jetzt holen wir uns das zweite Dorf und da müssen wir aufpassen. Okay, dann gehen wir weiter. Oh, oh. Wo denn? Oha, von da. Unglaublich. Er barrieren, er barrieren. Okay. Weiter geht's. Macht's er platt. Weiter vorrücken. Oh, 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 oh. Macht's er fertig hier, komm. Oh, okay. Ausgezeichnet, Kommandant. Ich wusste, dass es die richtige Entscheidung war, Ihnen die Führung dieser Operation zu übertragen. Im nordwestlichen Bereich wurden australische Streitkräfte gesichtet, Kommandant. Sie müssen dort einen Brückenkopf für unsere gepanzerte Verstärkung errichten. Mhm. Oh. Oh. Oh, Mann, Leute. Macht doch mal die Leute hier ein, ne? Habt das jetzt mal bald. Ja. Truck,報告. Was ist das? Heil die Leute. Hey, wo sind unsere Leute hier, Kumpel? Mein Gott. Äh, da fehlt der Transporter an den Rennadier. Jetzt wird's lustig. Jetzt müssen wir hier... Okay, das geht noch. Wir könnten durch den Wald hier ran. Okay, machen wir auch. Alle mal in Bewegung. Erst den, und dann gehen wir durch den Busch hier rein. Ah, wir kommen von der Seite. Hohei, sind wir in der Mitte. Okay. Ich bin in der Mitte. Okay. Wo ist denn nun mal... Wo sollst dich dahin bewegen? Und zwar aus dem Grund, weil ich euch hier in dem Dings positionieren will. Bisschen taktisch jetzt. Ein bisschen taktisch. So, Marsch, Marsch. Ich hab nämlich das Gefühl, wenn wir die jetzt hier angreifen, dann kommen die bestimmt aus der Richtung auch an die Schissen. Okay, weiter. Ich bin in der Mitte. Ich bin in der Mitte. Ich bin in der Mitte. Entschuldigung. Noch ein Stück. Okay. Jungs, ihr stellt euch mal auf. Jungs. Okay, ran. Macht sie fertig. Machen wir doch wieder mit Gewalt machen. Machen wir doch wieder mit Gewalt machen. Machen wir doch wieder mit Gewalt machen. Junge, Junge, warum die Trucks denn nach hinten fahren? Ah, verdammt. Hängig in Sicherheit. Wollt ihr das mal? Weiter, weiter, weiter. Sehr gut. Weiter vorrücken. Ein großes Ziel haben wir dann ja noch. Was ist das? Verstehen Sie sich auf die Bewerber? Was ist das? Tracks! Schau! Oh, jede Menge Spielzeug! Schau! 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 Sehr gut! Die gepanzerte Verstärkung ist unterwegs. Ja, und jede Menge Transporter. Verstärkung eingetroffen! Ja, ist er gut. Was? Schau! Kommandant, der Luftwaffenstützpunkt Tenga liegt in Reichweite des Abwehrsystems der Insel. Bevor unsere Truppen zum Flugplatz vorrücken, sollten wir die schweren Batterien auf der zerstören. War der immer kompliziert, der hier. Wir haben den Luftwaffenstützpunkt in Reichweite. Hier war da noch eins. Kommandant, rücken Sie nachdem die schweren Artilleriebatterien ausgeschaltet wurden mit allen Truppen zum Luftwaffenstützpunkt Tenga vor. Naja, machen wir ja schon. Schau! 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 Was haben wir denn da? Panzerabwehrkanone. Oh, geil. Könnten wir auch mitnehmen. Wir haben den Prozess für das Unfall. Wir haben den Vorwurf zu beraten. Schau! Ähm, Insel Hauptverteidigung Tenga, das ist der. Okay. Schau! Noch was? Ja, hier ist noch zwei. Wir haben den Vorwurf zu beraten. Den holen wir uns auch noch. Wir haben den Vorwurf zu beraten. Wir haben den Vorwurf zu beraten. Wir haben den Vorwurf zu beraten. Wir werden den Vorwurf zu beraten. bescheiden. So, baut die Dinger ab. Jetzt müssen wir gucken. Was wir hier so haben. Transporter, Versorgungsfahrzeug. Apparaturfahrzeug. Ähm, kann der abschleppen? Nein, kann der nicht. Reparier den mal. Ähm, Versorgungsfahrzeug rein da. Okay, ähm, die mit. Haben wir noch irgendwie trucktechnisch was? Dann könnte ich nämlich die Panzerkanone hier oben mitnehmen. Sieht nicht danach aus, ne? Das ist schade. Oh, da kannst du die mitnehmen. Okay, Jungs. Ah. Kikanjusher, 準備完了. Hohe, 移動する. Hohe, 報告にまいりました. Jusso, 準備完了. Hohe, 報告にまいりました. Alle mal rein in die Transportfahrzeuge. Hohe,報告にまいりました. Hohe, 進行中. Dann rücken wir mal vor. Er ist zur Verteidigung. 了解. 了解. Jusso, 準備完了. 何かご命令は Hohe,報告にまいりました. Ah, du auch da rein? ご命令をお待ちしております. Oh, wir haben noch so viele Leute. Hohe, 進行中. ご命令は Okay, den haben wir auch noch. Da ist auch noch Platz. Meine Infanterie, meine Leute, ähm, verladen. Das klappt auch nur semi-optimal. Die setzen wir mal auf Gruppe 1. Wenn ich die besser unter Kontrolle habe. 何かご命令は 了解. Da hinten war doch noch auf jeden Fall was. So, dann gehen wir weiter. Ich werde wahrscheinlich hier über den Strand gehen, über diesen Weg. Scheint mir besser zu sein. So, direkt kommen wir ja nicht rüber. Da ist noch eine Panzerabwehrkanone. 準備完了. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. So, schön wäre, wenn wir die mitnehmen könnten. Ich gehe jetzt. Geht nicht. Panzer können es nicht ziehen. Die können es nicht ziehen. Die haben zu wenig Power. Ach, das ist doch ärgerlich, ganz ehrlich. Ah, da können wir doch was. Marsch, Marsch, du bist da. Oh, warte mal. Ne, das muss anders gelöst werden. Doch, wir können eine Pontonbrücke bauen. Ey, wartet mal, wir bauen eine Pontonbrücke hier rüber und greifen von hinten aus an. Geile Idee. Das machen wir. Hier bauen wir die Pontonbrücke. Gute Idee. Okay, vor Ende der Nacht. Hier geht weiter vor. Steuerung 2. Und Steuerung 1 geht gucken. Dann gehen wir hier rüber und bauen da die Pontonbrücke. Das wird geil. Das 2 bewegt sich dahin. Mitten durch im Wald. So, und dann stellen wir unsere Flugabwehrdinger dann da hin. Ich hoffe, dass die auch so schießen. Genau. Schön leise sein. Was haben wir denn da? Ja, mach die weg. Das klingt flott. Gut, dass ich geguckt habe. Gut, dass ich geguckt habe. Nicht, dass wir uns hier noch... Oh, was haben wir denn da? Mehr Zwecktransporter Brenn-MG-Transportfahrzeug. Geil, mit Kanonen dran, oder was? Bezogene Artillerie. Geil! Ja, hallo, da sagen wir nicht nein, ne? Hier holen wir uns. Ist ja wohl klar. Ah, ich will jetzt aber nicht unbedingt hier die Jungs dran haben. Ach, schon wieder der hier. Alles okay. Und das funktioniert sogar. Geil. Sehr geil. Sehr cool. Offizier da rein. Reiner, komm. Okay, du ziehst die. Marsch, marsch. Okay, damit haben wir jetzt auch Panzerabwehr. Als die mit Panzern kommen. Geile Nummer. Fällt mir richtig gut. So, ihr dürft ruhig immer aufstehen hier. So, wo ist mein Pionier? Transportlaster ist es nicht. Wo bist du denn? Rapparaturfahrzeug. Du bist es, genau. Du baust jetzt hier eine Pongtongbrücke. Und dann geht's da rüber. Und dann nehmen wir die auseinander hier. Na komm. Wo sollst du da rüber? Hallo? Wollt ihr mich verarschen? Aber hier sollt ihr reparieren. Sehr gut. Auch noch ein Rapparaturfahrzeug. Haben wir mit? Und dann gehen wir, wie gesagt, da rüber. So, okay. Gut, dass wir die gesehen haben. Geht. Ihr dürft gerne weiter reparieren. Dann reparieren wir das Stück noch. Wir wollen doch da rüber. Dann reparieren wir das Stück noch. Was ist denn jetzt los? Warum geht's nicht weiter? Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Warum geht's nicht weiter? Was ist denn? Was ist denn? Das ist jetzt echt doof, wenn das jetzt irgendwie nicht klappt, irgendwie. Ah, jetzt geht's wieder. Okay. guter Juni. Na ja, ist er gut, ist er gut. Gut mitgedacht, Kommandant. Wenn wir die Pontonbrücke überqueren, könnten wir die gesamten Verteidigungskräfte des Luftwaffenstützpunktes flankieren. Genau. Das ist der Plan, liebe Freunde. Alle Mann zurück. Du auch. Immer diese Sondereinladung. So, okay. Ganz davor. Dann gehen wir in den Busch, verschanzen uns da und dann nehmen wir die hier auseinander. Marsch, Marsch. Aber, alle auf defensiv. Alle erst mal auf defensiv. Dann stellen wir uns hier auf den Hügel. Okay. Staugrad. Hier können ruhig hinten bleiben. Hier geht mit vorne. Dich Panzer brauche ich auch vorne. Dich brauche ich da. Dich brauche ich auch da. Ernsthaft? Oh, die sind ja so... Also das ist dämlich. Ganz ehrlich. Das ist dämlich. Dann sind die hier runtergefallen. Das ist ja nun mal richtig dämlich. Sorry, wenn ich das sage, aber das ist dämlich. Hochgradig dämlich. Das ist ärgerlich. Hey, Jungs. Operaturfahrzeug nach hinten. Jetzt könnten wir theoretisch zurück eiern und da noch was holen. Weil wir haben jetzt gerade einen verloren. Machen wir auch. Wir fahren nochmal zurück, holen nochmal einen. Ähm... Okay. Hier ist nach oben. Dich brauche ich zum Ziehen. Randa. Mal ausrichten. Könnt ihr das? Ne, wahrscheinlich nicht. Okay. Ähm, hier haben wir auch noch einen. Okay, und du... Gehst du da hin? Kanone. Hol dir den mal da. Da war nämlich noch einer. Das weiß ich. Hol dir den mal. Okay. Yuge? Merzweck-Tonsporter. Okay, die haben auch noch die Kanone. Du gehst mal mit der hin, da hin. Und du gehst mal da hin. Stell dich mal auf. Genau. Oh. Keparatur-Fahrzeug nach hinten. Okay. Jungs, abschneiden. Jungs, abschneiden. Jungs, abschneiden. Keparatur-Fahrzeug nach hinten. Tracks-Fahrzeug nach hinten. Okay, du... Nach hinten. Nach hinten. Entschuldigung. Nach hinten. Nach hinten. Nach hinten. Nach hinten. So, okay. Wie sieht's aus hier? Ich brauche mal zwei Offiziere. Du. Da hin. Ausrichten. Hier sind... So, komm schon. Dreht die mal um. Hinlegen. So, und noch einen. Okay. Jungs! Jetzt gehen wir mal gucken. Versuchen die mal ein bisschen ranzulocken. Hey, Panzer ein bisschen vor. So. So, okay, Jungs. Marsch, marsch. So, okay. So, okay. Ah, alles gut. Hey, wir machen das. Was ist alles klar? Was ist weg? Was ist alles klar? Was ist alles klar? So, robst dich mal schön weiter hier ran. Sehr gut. So, bauen wir das Maschinengewehr auf. So, da kommt schon. Wir nehmen die jetzt von der Flanke aus. Okay, wir gehen mal gucken, was da ist. Okay, Versorgungstruck. Reparaturfahrzeug, Reparaturversorgungstruck. So, weiter, mach die weg hier. Ja, komm schon. Und wo ist denn mein Versorgungstruck hier? Fühl dir nochmal auf hier. So, runter. Na, Jungs. Apparaturfahrzeug, bitte mal dahin. Ja, du sollst ihn mal jetzt reparieren, da? Wo ist denn mein Versorgungsfahrzeug hier? Ey, ich werde wahnsinnig. Du sollst dich bewegen. Fährt nicht. Fährt einfach nicht. Ist ja unglaublich. Weil da einer im Weg stand. Ey, oh Mann. Was haben wir denn da? Mehrzweck, packt Transportfahrzeug. So, packt mal einen hier. Die brauchen wir nicht mehr. Ja. So, mach doch mal. So, okay. Machen wir weiter. Wofür kann er hier nicht mehr sein? Okay, weiter. Wo ist denn? Machst du weg hier. Okay, irgendwo muss nur sein. Ah, hier Mim. Okay, hier ist noch. Kommandant, erobern Sie jetzt die Artillerieabwehr der Insel, um den Brückenkopf zu verstärken, den wir heute errichtet haben. Ma, wie lang ist denn diese Missur noch, ey? Korose! Korose! Yoshi! Korose! Ute! Lauter Mim. Beide! 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 Artillerie! Feuer! Okay, Jungs. Alles klar. Jetzt geht's los. Jetzt müssen wir auch aufpassen. Jungs. Ähm... Du musst den einsammeln. 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 « Holt ihr den? So, bewegt euch. In der Hoffnung, dass ich jetzt die alle erwischt habe, außer den jetzt noch, den holt er. Den müssen wir alle mal auffüllen. Versorgen. Weißt du, wer jetzt... Hä? Da war doch... Er hat noch ein Geschütz? Oder bin ich jetzt total besoffen? Okay, wie dem auch sei. Jungs, ihr müsst erstmal die Minen wegschießen. Okay, jetzt zum Versorgen. So, Transporter. Transporter. Rep. Rep. Ziemlich leer. Ähm... Rep. Rep. Okay. Füllt mal auf. Aber so viel Versorgungsfahrzeuge habe ich nicht. Das ist... Echt ein bisschen... Bisschen wenig. So, Jungs, ab in die... Versorgungs-LKWs, wenn wir noch haben. Das ist auch noch einer Dings. Bisschen kaputt. Wenn man der zieht, der Transportlaster. Alle Mann aufstehen. So, alles auffüllen. So, komm. So, komm. Aber wo, warte, Platzmechnisch 2. Okay, Versorgung. Auffüllen. Und dann schlagen wir uns hier durch. Kommen wir hier rum? Na, dann müssen wir durch den Busch durch. Können wir aber machen. Jungs, ihr dürft gerne aufstehen. Ihr müsst euch nicht mehr hinlegen. Ah, der ist... Den darfst du auch auffüllen. Dann sind wir jetzt wieder komplett und dann können wir in den Busch rein. Den noch. Da ist noch ein Plätzchen. Dann haben wir, glaube ich, alle wieder verfrachtet. So, okay. Jungs. Reine. 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 Ist mit dir? Du hast jetzt nur noch wenig Munition. Okay. Nehme ich trotzdem erstmal mit. Okay. Ah, los. Einen haben wir da noch. Den Sandetöter. Weiter. Okay. Dann geht's jetzt weiter. Durch den Busch hier, wenn möglich. Ah, Minen. Dann geht's jetzt wieder. Gleich mal kapagieren wieder. Verkackte Minen hier. Dachte ich, hätte ich jetzt alle weggeräumt. Nur noch zwei Sprit hat er. Okay, reparieren, reparieren, auffüllen. War, glaube ich, auch leer. Ja. Füll den Panzer auf. Kasschung. Und kann der denn nicht aufgefüllt werden? Na gut, dann machen wir folgendes. Ähm, dann werden wir den Komplett ausladen. Okay, weiter geht's. Das geht mir auf Eier hier, diese Scheiß-Mine. Okay, reparieren. Okay, reparieren. Er muss echt außen rum. Was für ein Scheiß. Er ist fertig. Er ist kasschung. Okay, wir gucken mal. Hier sind irgendwelche Minen liegen. Okay. Weiter. Hähem. Ryo-kai. Ryo-kai. Kau-ge-ki. Ryo-kai. Weiter gehen. Ryo-kai. Jetzt gehen wir hier lang. Ryo-kai. Ryo-kai. sehr gut Fahrt Fahrt mit Gott wir gehen weiter mit denen okay weiter geht's muss ja gucken ob hier Minen sind auf jeden Fall Panzer hier ist auch noch was auf jeden Fall nach oben Jungs Ja, ja, fahr, mach mal hin. Mach keine hier. Ich habe keinen Sprit mehr, das ist schlecht. Das ist schlecht. Kein Sprit mehr. Ja, das ist übel. Ja, füllt die nochmal auf, so gut ihr könnt. Der hat auch... Ein bisschen Munition hat er noch, aber wird der nicht aufgefüllt. Ja, der keckt wieder, in Ordnung. Okay. Scheiß auf den Dings. Den entladen wir mal. Okay, sind schon zwei drauf, das ist in Ordnung. Weiter geht's. Okay, wir gehen hier weiter durch. Das könnte noch ein heißer Tanz werden. Vor allen Dingen, weil wir jetzt keinen Sprit mehr haben. Da sehe ich ein ernsthaftes Problem auf uns zukommen. Ah, da kommen wieder unsere Panzer nicht durch. Oh Mann. Hey, verteilt euch mal ein bisschen. Wann jetzt herkommt. Mach sie weg. Ah, gut, gut. Ja, Junge, du bist, du bist ja ein ganz Schlauer, da vorne hinzufahren. Ja. Jungs, 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 Jungs. Ach, und die Reparatur-Dinger passen wir durch, oder was? Weiter vorrücken. Ja, rumpelt die weg. Na, weiter. Reparatur-Versorgungsfahrzeug hat aber nix dabei. Ihnen ist heute ein ehrenhafter Sieg über die abscheulichen britischen und australischen Truppen gelungen, Kommandant. Sie haben uns sehr lange nicht für eine Bedrohung gehalten. Und sehen Sie sie jetzt nur an. Ha, sie rennen vollkommen kopflos zu ihrer Festung zurück. in der vergeblichen Hoffnung, dort vor der Macht der kaiserlich-japanischen Armee sicher zu sein. Ui, war's das? Ja, mein Gott, was für ein Kampf, sag ich nur. Du warst schon heftig. Mein Gott. 9. Februar 1942. Seit Beginn des Krieges hat meine Einheit sich durch Malaya gekämpft und sich nur auf ein Ziel konzentriert. Die Insel Singapur, den wichtigsten Pazifik-Stützpunkt des britischen Empires. Die Briten fürchteten offensichtlich unser Eintreffen und zerstörten den Johor Causeway, die einzige Brücke zur Insel. So mussten wir bei unserem Angriff auf Landungsboote zurückgreifen. Etwa 4000 Soldaten bestiegen kurz vor Sonnenuntergang die Boote und ich querten im Schutz der Dunkelheit die eine Meile lange Meerenge. Wir wollten am Sarimbun Beach landen, der von australischen Truppen verteidigt wurde. Sie sahen, wie unsere Boote sich dem Strand näherten und plötzlich wurde die Nacht von Geschützfeuer erhellt. Die Australier kämpften gut, doch ihre Verteidigung war zu dünn gesät und wir rückten weiter auf unser Hauptziel vor. Dem Flugplatz von Tengar. Unsere neuen Flammpanzer unterstützten unseren Angriff und unser Vorstoß wurde unaufhaltsam. Wir schalteten alle Verteidiger aus, die uns im Weg standen und sicherten den Flugplatz problemlos. Für Admiral Yamamotos Marine-Streitkräfte war ich in der Schlacht besonders dankbar. Ihre Bemühungen garantierten uns den Erfolg und waren uns eine große Hilfe, als wir uns landeinwärts vorkämpften. Die Australier haben große Rückschläge erlitten, während unsere Position unangefochten bleibt. Aber es gibt noch viel zu tun. Heute Abend landet im Nordosten mehr Verstärkung und es wird Zeit, dass wir erneut vorstoßen. Der Feind hat um Jurong herum eine neue Verteidigung errichtet. Die Überwindung dieses Hindernisses ist unser nächstes Ziel. Den Sieg wird uns keiner nehmen. Und bis dahin bin ich raus für heute. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Head4NetGaming.tv. Bye, bye. Euer Head4NetGaming.tv Euer Head4NetGaming.tv